So Freunde, heute machen wir wieder mal Messi oder Cristiano, aber das Finale, heute fragen wir 100 Leute. Ich werde einfach versuchen, 100 Leute zu fragen, Messi oder Cristiano, mal gucken, wer am Ende gewinnt. Eigentlich ein klares Ding, also Messi muss gewinnen, normalerweise, wenn man Fußball versteht, wie man sich mit Fußball auskennt, muss Messi gewinnen. Wir fangen direkt mit dem Brille an, Messi oder Cristiano? Also Messi. Und jetzt bin ich dran, ich sage natürlich Messi. Ja, es ist Messi, natürlich, schon bei Ankara Messi. Jetzt die Jungs, Messi oder Cristiano? Messi oder Ronaldo? Messi. Messi. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ah, geht weg. Messi oder Ronaldo? Natürlich Messi. Vista Versa. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi oder Ronaldo? Messi. Stab, Junge, das habe ich auch erwartet, Wallah. Messi oder Ronaldo? Messi. Stab, Junge. Messi. Stab. Nur für Ria, Madrid, nur für Ria, Madrid. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Stab, Junge, ich mag dich, aber nein, Messi. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Messi, Junge. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi oder Ronaldo? Stab, Junge, Maschine. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Messi. Messi oder Ronaldo? Stab, Junge. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ja, Messi. Messi oder Ronaldo? Ja, Messi oder Ronaldo? Messi. Stab. Messi oder Ronaldo? Ronaldo Messi oder Ronaldo Baidu Messi oder Ronaldo Messi oder Ronaldo Messi Messi oder Ronaldo Aber Messi ist besser Messi oder Christian Messi Messi oder Christian Messi oder Christian Ja, klar, klar Sie haben A mit Fußball Messi oder Christian Messi Messi oder Christian Ronaldo Redshoot, Redshoot, Redshoot Messi oder Ronaldo Ah egal, trotzdem magisch dich Messi oder Ronaldo Ich muss sagen, Ronaldo ist ein Macher Aber Messi ist der Magier, der Maschine Einfach Messi Messi oder Christian Das ist eine ganz einfache Frage Natürlich Messi Junge, der hat Ahnung Messi oder Ronaldo Ganz klar Messi Sie haben eine Ahnung Experten wissen Freunde Messi verkörpert den Mannschaftssport Den Fußball besser als Ronaldo Mehr muss man dazu nicht sagen Messi oder Christian Du hast keine Ahnung Natürlich Messi oder Christian Messi oder Christian Er hat Ahnung Messi oder Christian Ich bin klar Was sagst du? Messi oder Christian Du hast keine Ahnung Messi oder Christian Er hat Ahnung Messi oder Christian Wir haben Ahnung Wir sind Fußballer Wenn man Fußballer ist Dann weiß man, dass Messi der Beste ist Messi oder Cristiano Nein Messi oder Cristiano Ronaldo Was soll das? Wollah Messi Cristiano oder Messi Auf jeden Fall Cristiano Du hast Ahnung Messi oder Ronaldo Messi Du hast Ahnung Deshalb kann der gut spielen Messi ist einfach etwas vom Gott geschenktes Christianos Training Messi ist etwas vom Gott geschenktes Das sage ich auch immer Messi ist krass Er hat Ahnung Messi die Eins Messi die Eins Messi die Eins Messi die Eins Save Messi oder Ronaldo Ganz ganz ehrlich Cristiano Ronaldo Jeder der was anderes sagt Er ist keine Ahnung vorbei Geh mal weg Messi oder Ronaldo Äh Oh Allah Scheiße Yannick Ich sage Messi Wollah der Bruder muss eigentlich Muss ich zweimal nach Messi oder Ronaldo Er hat keine Ahnung Junge Nur weil Ronaldo schwarz ist Messi oder Cristiano Messi Er hat Ahnung Er ist talentiert Er hat Ahnung Messi oder Ronaldo Messi Richtig Antwort Messi oder Ronaldo Messi oder Ronaldo Messi Messi oder Ronaldo Er hat keine Ahnung Er hat Keppi Ja Keppi Kepp oder Kepp Okay Es ist Messi Ja Oh Freunde Das war's mit dem Video Es waren knapp 100 Leute Ja knapp Ja Kann man so sagen Auf jeden Fall Freunde Das war's mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst ein Abo da Lasst ein Like da Lasst ein Kommentar da Schreibt mir in den Kommentaren Was sagt ihr Messi oder Cristiano mit Begründung Warum Messi oder Cristiano? Ich sage Messi Weil Messi einfach Talent ist Messi ist für mich der bessere Spieler Der bessere Fußballer Und Cristiano ist natürlich auch ein Goat Aber der kommt eine Stufe Und da Messi für mich Eine Stufe da drunter Ach ja Freunde Und folgt mir gerne auf Insta Damit ihr nichts verpasst Warum? Weil ich es will Spaß Folgt mir damit ihr wisst immer wo ich bin Welche Stadt ist das Kurz geht raus